Hallo und herzlich Willkommen Du bist ein Held Hallo und herzlich Willkommen Ich bin der Ricardo Und ich spiele Mir ist mein Herz drunter gefallen Gott Hallo und herzlich Willkommen Ich bin der Ricardo Und ich spiele heute Minecraft Ja Ja Schon wie du reagierst Du auch sagst nicht Mir wieder mein Herz drunter gefallen ist Ich hab 14 Eisen Ich bin stolzer Ich bin stolzer Hä? 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 Du brauchst zu machen Du brauchst auch ein Bett Ja Okay Hier Sticks Zwei Eisen Das reicht Wir machen echt gute Fortschritte Mhm Hast du schon Steinschwert? Äh ne ich hab gar kein Schmerz Warte ich aus der Spitze Spitzsacke Ja Stein Ja Stein Steinschwert Äh ne Warte ich mach mir schnell eine Stein Spitzsacke, Steinschwert und Steinachst Ne ich hab dir alles schon hingelegt Was hast du hingelegt? Komm schon Ähm Ja ich hab jetzt schon komplett ausrüstung Ich leg mal das Eisen hier rein Jo Ähm Ich baue mir jetzt mal ne Hacke für die Felder Achja stimmt Wollte aus Holz eine? Äh ich hab schon ne Stein Egal Sehr ja So hier noch ein Gott Ähm und das kann ich da rein tun Das macht jetzt voll das andere Geräusch Ich brauche mal ein bisschen Stein damit wir Ja damit wir Kropfen nicht auf jeden Fall Ja Ja Punkt das weit Ich glaub ich schaff es von hier aus ins Wasser Nein schaff ich nicht Halb bis jetzt Oha Es hat dir den 360 gegeben Es hat dir den 360 gegeben Oh mein Gott es ist vor meiner Fotze Geronimo Wo ist es? Drunk Geronimo Da sind noch Spitzhacken Oh shit es schießt auf mich Es lebt Es lebt Oh Gott es schießt mir den Oh Wir müssen Ruhe in unser Haus Wir müssen Überleben Oh Gott Zombie von der anderen Seite Töte Töte es Mitchell Töte es Mitchell Töte es Mitchell Töte es Mitchell Hops Wir haben es Warte Jetzt wo hier wieder Frieden ist Kann ich dir die Samen noch geben Die Samen Ich brauch sowieso noch Samen Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Äh wo? Wir haben Fluss Ah da Hier Zimbel droppen wir ne Karotte oder ne Kartoffel Sonst Kriegst du heute Keine Geschenke Er hat mir nichts gedroppt Er kriegt keine Geschenke Und du Du hast jetzt die Chance Die einmalige Chance Mir was du droppst Nein Der da oben Der hat die einmalige Chance Oh 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 Spül ihn weg Ich hab'n Zombie weggespült Ich hab'n Zombie weggespült Lass es einfach da drin Lass es einfach da drin Lass es einfach da drin Da ist ein Wie viel Wolle hast du? Oh dann kann ich jetzt schon ein neues Bedcraften Ja dann komm'n Ja dann komm'n Ne ich kann jetzt auch schon als Craften Wir halten die Wolle kannst du bauten Was kommt denn Und kann sich bei der Kürtel Und muss Mehr Wolle Und vor Ort Die Bode brauchen wir zu können Weißen bauen Und die Städte müssen auf der Rüst Niemand kann man schicken Luschenhaften Banner Ne ein Schaf, das versteckt sich hinter dem Baum, dass ich es umbringe. Wie groß soll so jetzt der Stockwerk sein? Wie viele Blöcke hoch? Ah, warte. Ich muss es sehen mit meinen verkrusteten Augen. Diese Treppe ist doch glücklich. 3, 4 oder 5. 3 reicht komplett. Alles klar, für mehr hat es nicht gereicht. Hast du noch Kohle? Ja, du hast Kohle. Ich tu davon mal ein bisschen was in den Ofen. Okay, dann fülle ich hier was, wo ich die Kohle abgebaut habe. Das fülle ich dann mit Erde und so. Dann baue ich hier noch die Höhe alles ab. Damit es 3 sind und dann ja. Hast du schon? Wie macht man Kohleblöcke? Ja, mit Kohle halt. Alles mit Kohle ausfüllen. Alle neuen Felder? Ja. Reich genau für 3. Ich hab 3 Kohleblöcke. Crafty. Nice. So, hier. Ja. Irgendwas ist grad kaputt gegangen. Ja, meine Spitzlocke. Boah, ich hab 4 Wolle. Hast du noch Holz? Äh, ja, 14. Legst du hin. So. Boah, nicht so weit. Ähm. Boah, das ist immer nicht so groß. Ja, das passt doch. Wie viel Stockwerke machen wir eigentlich? Komm, da schlafen. Meist ist immer das innere Bett. Mitchell? Okay. Ähm. Lass. Das hier hin, oder? Äh. Warte. Geh du mal farmeln. Ich mach das hier kurz, okay? Ich hab eh die Steine. Ich richte das hier alles ein. Okay, ich geh da mal ein bisschen Holz und sowas. So, hier. Der Wasser ist ein Skelett. Nee. Oh, shit. Dann ist der Skelett im Wasser einfach OP. Dann kannst du die nur mit Schärfer verschwinden. Oh, ohne Wasser sind die OP. Ja, aber wenn die halt im Wasser, weißt du, wenn du, wenn die dich immer wieder weg haben und beschwimmen musst, dann sind die auch okay. Geh einfach nicht so farm. Das macht dich fertig. Ja, ja. Ohne Baum. Aber das sieht cool aus, dass die das jetzt den Bogen nicht immer die ganze Zeit so spannen, ne? Alle Monster sind jetzt generell stärker geworden, ne? Und man verliert jetzt viel schneller Hunger. Find ich auch voll gut. So wird mannschaft mal spannender. Das wär voll nice, wenn's irgendwann mal Wasser, wenn man irgendwann mal Wasser trinken muss. Wenn man dann solche Früchte anbauen muss, die zu Dings machen kann. Man kann Früchte anbauen, ne? Oder Wasserfiltern. Hä, was für Früchte? So Endfrüchte. Ach so, ja, das weiß ich schon. Das gab's ja auch schon in Croft Detect 3. Jo. So. So. hier sogar hin. Das können wir jetzt noch gönnen. Ja, können wir so einen kleinen Balkon draus machen. so haben wir jetzt hier so eine kleine fläche und jetzt was man kann so baut man steinknöpfe ich habe mir gedacht dass wir dass wir aber unbedingt eine form mit essen dass wir hier das so einrahmen hier den eingang 1 2 3 4 5 5 reicht und dass wir dann an jedem anderen Eckpunkt hier die Teile machen und übt überall dazwischen Glas ja das hat sich jetzt auch so vorgeschlemmt da haben wir schon mal so ein kleines Runders und den Boden machen wir aus Schwarz-Eichenholz ja genau kann man machen und hier machen wir so einen kleinen Balkon ich lege den ich lege den gebrochenen Stein mal in die Kuh wir sollten glaube ich eine Schaffarm oder sowas bauen er hat er für eine Form Kuhfarm jeder Kuhfarm zu büscher auch nur die Kühne drücken ja aber wir könnten keine Bücher die Bündnis hier nein wir könnten können können ja doch sind ganz okay hier sehen wir auch wenn ich das gesagt habe habe ich schon mal eine Kugel. Nur ein bisschen Weizen. Schwarzeichenholz bräuchten wir. Da sind hinten, komm mal mit. Da sind beide Farben. Hast du das ganze Fleisch rausgenommen? Ja, ich hab das in die Dings gelegt. Schon wundert, wie kannst du so viel Fleisch essen? Ich bin eben Tobi. Oh Gott. Ich glaube, das musst du rausschneiden. Das werde ich rausschneiden. Das habe ich vergessen. Oh, ne. Aber es war natürlich nur ein Spaß. Also nur Dinge. Ähm. Oh. Ne, das war nichts dagegen. Ich hab nur gerade nachgedacht. Ach so. Wir könnten noch das Verbesserung hier am Rand so Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ausschaut. Aber egal. Ich mach's einfach mal. Hm. Dann brauch ich noch zwei davon. Komm, jetzt muss man das erste wachsen, Digga. Die Blöcke kommen jetzt auch so halb dazugeflogen, so einem. Ah, ja, 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 genau. Und wenn du was aussammelst. Ja, hat sich schon... Dann, dann ist das so komisch. Dann... Das geht dann so ganz langsam zu dir, ne? Ja, genau. Ja, genau. So, das sieht schon mal ganz schön okay aus. Und ich hab mir ganz... Ich hab richtig viel... Ich hab übern Stack schwarzer Eichnolz. Nein, 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 mach das nicht, mach das nicht, das wollte ich so nicht. Äh, hier soll, ähm... Oh, nee, doch, 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 doch. Ah, alles klar. Ja. Ja, äh... Nur in den Rändern soll, hier. So, und jetzt kann ich's lassen. Kann ich noch hier Flash-Button... Und, äh... Kohle wär noch ganz wichtig. Äh, hab ich, glaub ich... Nee, doch nicht. Ähm, dahin... Oh Gott! Alter, wie schnell hat sich das grad regeneriert? Ja, ich weiß schon, man regeneriert irgendwie total schnell. Richtig schnell! Das ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Ich weiß schon. Das ist total... Neske. Mhm. Und... Ich weiß schon. Ich weiß schon. Das ist total niske. Und dann haben wir schon unseren Rundriss Aber ich würde jetzt auch sagen Das war's schon wieder mit dieser Folge Und wenn's euch gefallen hat Dann lasst ein Like da Und tschüss